Ja, hallo, grüß euch. Na, also ob ich wirklich so freundlich oder so wundervoll bin, na, ich weiß nicht. Also ich bin nicht zu jedermann freundlich oder ähnliches, ganz im Gegenteil. Ich habe auf einmal erkannt und zu einem Schrecken festgestellt, was ich hier alles in meinem Leben noch habe. Und das alles geht auf zwei Menschen zurück, denen ich einmal sehr eng verbunden war. Es geht auf eine Denkungsweise zurück. Ich hatte es ja vorhin schon einmal gesagt, dass man zu oft Menschen freundlichst eingeladen hat. Ja klar, kommt rein, wir fahren hier eine Party, alles prima. Und die Brüder aber das gar nicht mitbekommen, wenn die Party aus ist und sie nicht wieder nach Hause gehen. Ich habe nichts dagegen, nach einer Party meine Bude wieder aufzuräumen. Aber ich habe was dagegen, dass sie, auch wenn die Party nicht so aus ist, immer noch da bleiben und mir sozusagen immer noch meine Wohnung verderben. Und genau das ist in mir passiert. Und ich bin sehr, sehr oft sehr wütend und auch sehr fünsch. Aber gar, also wütend. Aber ich verkneife es mir durchaus nicht nur, ich tue es auch nicht. Ich mache nicht alle anderen dafür verantwortlich. Aber wer sich nun glaubt, Anrecht in meinem Leben zu haben, deren Energieanteile noch sich in mir, in meiner unmittelbaren Umgebung befinden und sie daraufhin immer wieder bemerkbar machen, wer daraufhin glaubt, noch ein Recht zu haben, der bekommt aber eine ziemlich heftige Macht zu spüren. Mephisto Nequatis Faust hat einmal gesagt, das sei eine geballte Teufelsfaust, die sich vergebens tückisch beilt oder sowas. Das sei die kalte Teufelsfaust, die sich vergebens tückisch beilt. Oh, die beilt sich nicht vergebens tückisch. Sie beilt sich aber nicht tückisch. Sie kommt durchaus mit sehr klaren Ansagen. Und sie sagen auch alle genau, was sie wollen. Ich meine, alle feindlichen Kräfte sind durchaus sich hinterrücks. Wir haben nur nicht die richtigen Fragen gestellt. Wenn jemand dir etwas anbieten will, dann frage ich dir bitte klipp und klar, was er genau damit meint. Und er wird dir auch eine klare Antwort geben. Und jetzt hängt es von dir ab, ob du das willst oder nicht. Wir haben unsere Anhänglichkeiten an Verlockungen zu spät gesehen. Wir sehen, dass es uns lockt. Wir sehen aber nicht, was dahinter steckt. Und wir machen uns darauf keinen Reim, auf unser eigenes Leben. Weil die meisten Menschen ihre Entscheidungsgewalt nicht erkennen. Ich nehme mir das Recht heraus, zu Menschen, die mir zu unterschämt sind, die aus meinem Leben zu werfen. Und ihnen auch zu sagen, du weißt du was, du kannst mich da mit deinen großen Kulleraugen angucken, das beeindruckt mich überhaupt nicht. Das Einzige, was mich beeindruckt wäre, wenn jemand mir genau sagt, was er will, und dann überlege ich mir, ob ich das leisten kann oder nicht. Und ob ich das will. Und ja, und auch wo da mein Vorteil wäre. Der Vorteil ist in der Regel der, dass man immer was tut, dass man es nicht nur für den anderen, sondern auch für sich tut. Und das mache ich hier gerade. Alles, was ich sage, sage ich sowieso. Das denke ich auf jeden Fall so. Und daher ist es mir auch relativ egal, ob ich das dann teile, ob jemand das dann auch mithören will oder nicht. Das bleibt ja ihm überlassen. Aber alles, was ich hier verkünde sozusagen, das verkündige ich auch mir. Daher kommt auch dieses, die unbefleckte Empfängnis, über den die Kirche ja so ein Wahnsinnsgewäse macht. Wenn wir uns das mal genau angucken, was heißt denn unbefleckte Empfängnis? Unbefleckte Empfängnis heißt, ich bekomme etwas klipp und klar serviert, ohne Beiwerk, ohne großartige Verzierung und ohne Ausschmückung und ohne Verzerrung. Das heißt das. Und wenn die Bernadette Zubriot damals in Nord eine Dame gesehen hat, die so wunderschön war, dann hat sie natürlich ihr höchstes Selbst gesehen. Und wenn diese dann sagen, ich bin die unbefleckte Empfängnis, heißt das, die steht so sehr mit sich im innigen Kontakt, dass sie es niemals zulassen würde, dass dieser Kontakt von anderen verzerrt wird. ihre Botschaft zählt und nichts sonst. Und das müsstest du eigentlich genau in deinem eigenen Leben wissen. Lass dir niemals etwas einreden oder lass dir niemals etwas, ich sag mal, so etwas verführen, wo du genau weißt, dass du noch später noch lange deine Freude daran hast. Das ist nämlich manchmal sehr beschwerlich. Und es dauert lange, bis man diese Brüder da wieder rauskriegt. Die Brüder insofern, als sie ein feststehendes Prinzip sind. Ich sag's noch einmal. Das ist ein Prinzip, nur so lange etwas, also ein Prinzip taugt eigentlich mal überhaupt erst mal überhaupt nichts. Ein Prinzip ist eindeutig männlich, ja. Aber es steht halt da. Steht so da. Ohne irgendwie, dass es jetzt irgendeinen Sinn hätte. Es sei denn, wir beginnen es lebendig zu machen. Und da müssen wir aber auch genau wissen, warum. Und das dürfte wohl der Nagel zu unserem Sarg gewesen sein, dass wir einfach nicht erkennen wollten, was da nun eigentlich ganz genau hinter den Verlockungen steckt, mit denen man uns so auch ein bisschen die Sinne verwirrt hat. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, kann das denn so sein, kann das denn so sein? Letztendlich bin ich ja nicht das Orakel von Delphi. Ich weiß es in deinem Leben nun ganz bestimmt nicht, was in deinem Leben sich richtig anfühlt. Ich sage dir nur, gucke dir immer gut an, warum du etwas richtig findest. Ich kann unmöglich mich hinstellen und sagen, das ist falsch und das ist richtig. Für alle Menschen. Tätig, das wäre ich eine Dispotin. Wenn ich aber sage, das und das will ich in meinem Leben nicht mehr haben, dann zum Donnerwetter noch einmal fliegt das raus. Und zwar ohne Bedenken und ohne Diskussion. Und wenn es bedeutet, dass ich jemanden, den ich einmal herzlich eingeladen habe, irgendwann einmal rausschmeißen muss, dann tue ich auch das. Allerdings finde ich, gebetet ist ein wenig die Fairness, dem zumindest Zeit zu geben. Ich meine, ich kann nicht jemanden freuen, die es einladen, ein hundertmal beknien, doch bitte mal zu mir zu kommen. Wenn er dann kommt, schmeiße ich ihn sofort raus, kaum dass ich ihn gesehen habe. Also geht es dann auch nicht. Also ich habe sie eingeladen, also können sie kommen. Aber dann erkenne ich, das will ich haben, das will ich nicht haben. Dann schmeiße ich es wieder raus. Ich rede immerhin nicht dann mit Menschen. Weil wenn ich einen Menschen einlade, dann gebetet ist, die Fairness ihn reinzulassen und dann zumindest einen Kaffee zu trinken und dann festzustellen, während des Gesprächs, passt oder passt nicht. Aber wenn es sich um Prinzipien handelt und es handelt sich in meinem Leben immer nur um Prinzipien, dann schmeiße ich aber einige sofort raus. Verstehe mich bitte recht. Mit einem Prinzip diskutiere ich nicht. Es steht da und will etwas und ich mache es lebendig oder nicht. Und so geht jeder in seinem eigenen Leben vor. Wenn wir das einmal erkannt haben, sind wir klüge. Denn dann verstehst du, dass wenn Menschen sich miteinander streiten, dann dass sie sich im Grunde genommen darum streiten, welches Prinzip, was der jeweilige Mensch verfolgt, lasst der andere jetzt gelten. Und das ist eine Entscheidungsgewalt. Wenn du dich mit einem Menschen streitest, dann ist es eigentlich relativ unerflüssig. Die Frage ist, was denkt er und was denkst du? Geht das zusammen oder auch nicht? Wenn es sich zusammen geht, dann trennt man sich davon. Und dann hat es keinen Sinn, dann immer zu sagen, wir waren doch immer so glücklich und wenn der andere nicht glücklich war, dann waren die nicht glücklich. Also was soll dieser Unsinn? Ich kann unmöglich glücklich sein, wenn ich einen Menschen unglücklich mache. Denn dann verbietet es, das verbietet sich sofort. Denn die Frage wäre ja, warum ist der Mensch in meiner Nähe? Vertragen Sie unsere Prinzipien? Doch. Ja, da brauchen wir uns nicht zu streiten. Vertragen Sie sich nicht? Ja, dann raus. Du bist immerhin der Bestimmer in deinem eigenen Raum. Und nicht jemand, der alles klaglos und stumm und geduldig über sich ergehen lässt. Das tut übrigens auch ein Gott nicht. Der hat eine klare Vorstellung davon, wie er belebt werden will. Und alle, die es wünschen, können dahin. Aber es ist ziemlich idiotisch, einen Gott der Gnade und der Barmherzigkeit anrufen zu wollen und jetzt der Meinung zu sein, alle anderen müssen es auch, wenn ich mit Gnade und Barmherzigkeit überhaupt nichts anfangen kann. Weder von anderen noch von sonst jemandem. Auch von mir nicht. Ich habe ja schon mal gesagt, ich bin erbarmungslos, was mich angeht. Ich dulde keinen Fehler. Wenn etwas in meinem Leben ist, was er nicht zu suchen hat, fliegt das raus. Ohne irgendwelche Streitereien. Und ohne irgendwelchen Türenlifanz. Und da nützt mir auch nichts, dass jemand sagt, du hast es aber 20 Jahre so gut gefunden auch, ja. Vielleicht hatte ich bloß nicht die Möglichkeit, mich zu wehren. Das war zum Beispiel bei meinen Eltern war das so. Die haben versucht, ein Denken nahe zu bringen, was ich überhaupt nicht leiden konnte. Nur als Kind kann ich ja schlicht was dagegen sagen. Als Kind hatte ich ja die Entscheidungsmöglichkeit nicht. Als Erwachsener Mensch schon. Im Grunde genommen ist das ein bisschen hier wie im Danny-Klick-Spiel. Das kennst du vielleicht. Wo man dann ein Foto bekommt, aber das finde ich ja mal schwarz, dann wird von dem Foto immer ein kleiner Teil aufgedeckt. Bis man anschließend erkennt, was es eigentlich wirklich ist. Und dann ist das eben nicht dieser schöne Schmetterling, das ist das Raubtier oder ein ziemliches Monster von einem Sekt oder sowas. Aber das wollte man doch eigentlich gar nicht. Und jetzt geht es darum, ob dein Denken dem gleich ist oder nicht. Und ist es ihm gleich? Ist es ihm gleich? Dann musst du akzeptieren, dass es noch in deinem Raum ist, weil dann musst du es auch wirklich umdenken. Das heißt, du musst in deiner Gedankenwelt umschalten. Und wenn du dich dabei ertappst, dass du etwas zulässt, was dich von Anfang an nur genervt hat, dann sei in deinem Kopf wirklich erbarmungslos. nicht bei den anderen Menschen. Der Mensch kann nichts dazu. Er folgt einem Prinzip, was du in Ordnung findest oder auch nicht. Und dann geht es um den Menschen ja gar nicht mehr. Findest du es in Ordnung, seid ihr gleich, dann ist es okay. Findest du es aber nicht in Ordnung. Dann schmeiß es raus. Ich entdecke einen gewissen Widerspruch. Was in Kirchen oder Maschinen gesagt wird, aber was die Menschen bewegt und was sie auch wirklich tun. Es funktioniert nicht. Es widerspricht sich. Ich kann nicht auf der einen Seite sehr demütig vor allen anderen sein, aber gleichzeitig meinen Raum beanspruchen. Ja, was denn nun? Entweder ich sage, jawohl, Gott, ich habe dich ja so lieb und ich lebe ja Gott so sehr. Gott ist die Gesamtheit aller Menschen. Du müsstest alle Menschen lieben. Und dann könntest du dich von deinem eigenen Freiraum verabschieden. Oder aber du tust es nicht. Davon zu träumen, dass alle Menschen gleich sind, ist einfach lächerlich. Menschen werden nie gleich sein. Warum auch? Sie haben unterschiedliche Vorlieben. Darum war das ja, was ich vorhin auch gesagt hatte. Als ich sagte, es ist wirklich wichtig, dass du den Zeitpunkt, wo etwas günstig ist und wo du etwas tun kannst, dass du den nicht versäumst. Aber du musst auch wissen, dass du dich immer für den jeweiligen Zeitpunkt bereit machst, reif machst. Und das obliegt immer dir. Du kannst auch nicht mit allen anderen diskutieren, was du wohl bekommst. Du bist doch kein Kind, das ein Zettel an den Weihnachtsband schreibt. Jemand hat geschrieben, er glaubt nicht, dass der Glaube an Jesus Christus uns schadet. Ach nein? Es kommt darauf an, ob du die Wirksamkeit begreifst und ob du das Wesen einer Kristallenergie begreifst, was Jesus ja versucht hat, für die Menschen nahezubringen. Aber das war vor 2000 Jahren etwas schwierig. Es hat sich sehr schwierig gestaltet, wie wir gemerkt haben. Es geht darum, ob du in der Lage bist, ob du in der Lage bist, etwas wegzugeben und ob du dich davon losreißen kannst. Vergebung heißt nicht, vergebung heißt wegzugeben und wegzugehen und nicht auf Teufel komm raus, bei allen gut angeschrieben sein zu wollen. Das bin ich nicht. Kann es bestimmt nicht. Warum sollten die mich mögen? Ich sage ihnen ja gerade, dass sie mir herzlich egal sind. Wenn ich dabei bin, meinen eigenen Raum zu reinigen, dann kann ich doch nicht auf die Idee kommen, eine andere da zu mir einzuladen. Ich kann vielleicht eine Einweihungsparty geben oder sowas, aber dann achte ich auch darauf, dass jeder, den ich eingeladen habe, dann auch wirklich mal irgendwann so was, dass ich morgens um halb sechs oder was, dann auch bitte, wenn auch betrunken habe, dann bitte den Raum verlässt. Das ist doch logisch. Wenn jemand eine Einweihungsparty gibt, dann gib deine Einweihungsparty und nimm dich alle ein, bei ihm zu wohnen. Nimm deinen Raum, aber nimm ihn bei dir. Für uns gescheitert ist sich zur Zeit deshalb so schwierig, weil wir doch eigentlich alle mit allen guten Freunden, wir wollten doch eigentlich mit allen gut irgendwie Freunden sein irgendwie. Wir wollten uns doch alle gut vertragen und sowas. Das wollten wir ja. Ja, das wollten wir auch. Das können wir auch. Wenn wir alle es wieder geschafft haben, unsere eigene Grenze abzustecken. Die Grenze, sie abzustecken, findet immer im Kopf statt und irgendwo sonst. Es geht nicht darum, dass du ein Grundschiff kaufen musst oder ähnliches. Du kannst die Erde sowieso nicht unter Menschen aufteilen. Das funktioniert nicht. Die Welt ist für alle da und nicht nur für ein paar wenige. Aber du musst wissen, dass dein eigener Raum, der ist natürlich auf dich beschränkt. Du hast deinen kleinen Raum, den du bis zur Unendlichkeit ausweiten kannst. Dein Reich kann riesengroß sein. Und doch ist es nicht größer als der Raum des Nachbarn. Das ist ähnlich wie bei einer Torte. Ich kann eine Torte in zwei Teile schneiden. Oder nur in einem Stück lassen. Oder ich mache da 43 Teile von. Das kann ich auch machen. Oder 16. Oder 8. Oder ich nenne sie in einem Stück. Oder bestücke es mal so, mal so, mal so. Ich habe da viele kleine Blumen drin. Da muss ich darauf achten, dass die Blumen sich auch wirklich vertragen und sich nicht gegenseitig in Chaos machen. Denn in der Natur beansprucht jeder seinen Raum. Und das tust du auch. Dass wir eigentlich einen unendlichen Raum zur Verfügung haben und nur mit den Schwierigkeiten zu kämpfen hatten, bei dem, was wir alles früher mal da reingelassen haben und dass wir aus diesem jetzt raus müssen, dass uns das solche Kotschmenzen gemacht hat, das haben wir lange in der Zeit nicht begreifen können. Das haben wir nicht verstanden. Es war doch offensichtlich, dass einige viele haben und die anderen wenig und dass das sonnengerecht ist. Das haben wir doch alle so gesehen. Ja klar. Ja, aber bis wir dann dahinter gekommen sind, das ist nur daran liegt, was wir alles in unserem Raum gelassen haben. Und dass die, die wir in unserem Raum gelassen haben, natürlich anfangen, in unserem eigenen Raum um deinen Ehrenraum zu beanspruchen. Wer das da schief gehen muss, ist der Lichter gut auf der Hand. Es endet im Chaos. Und es endet darin, dass Menschen eine Politikerin wählen, die sagt, die möchte den Reichtum der Welt doch etwas gerechter verteilen. Was natürlich albern ist. Wenn jemand keine Möglichkeit hat, seinen eigenen Raum zu verteidigen, was wäre denn dann noch mit einer Menge Kohle? Das geht ja auch ein Bach runter. Nee, nee, du musst schon erstmal damit anfangen, deinen Raum zu verteidigen. Und dann können wir uns rum unterhalten, ob du wohl auch noch mehr zu mehr Schotter kommst. Und du wirst mehr Schotter bekommen. Geld ist nichts weiter als eine Energie, die zu dir fließen kann, wenn der Raum frei ist, allerdings es sehr beschwerlich hat, wenn du den Raum vollgestellst. Et voilà. Es liegt also an dir. Eigentlich kommst du nie an dir vorbei. Du kannst alles machen. Alles. Aber ignoriere dich dabei niemals selbst. Nie. Du musst mit allem anverstanden sein, was du tust. Mit allem. Und ich frage mich, wie viele Menschen das verstehen wollen. Das ist die Lösung für uns alle. Wir haben jetzt gar keine Frage. Denn in dem Augenblick, wo ein Mensch aufhört, deinen Raum zu belästigen und dich zu belästigen, hast du vor allem ja Frieden. Dann beginnt zwar bei dir das Hornstechen, und zwar in dir selber, aber nicht mal bei den anderen. Deshalb wirst du trotzdem noch manchmal die Coulsonance verlieren. Du gehst manchmal die Wände hoch. Das passiert mir jeden Tag eigentlich. Dass sie mir immer wieder noch Liebesgüße von früher entgegenkommen. Aber zum Donnerwetter, ich weiß auch, was das ist. Und ganz bestimmt fange ich dann nicht an, seidenweich miteinander zu reden. Und denn da ich gesagt habe, ich dulde in mir selber keine Misstöne, kann das bei mir ganz schön zur Kehr gehen. Denn das, was ich nicht haben will, schmeiße ich raus. Und wenn ich da hundertmal früher zugehört habe, wenn ich da hundertmal früher mich auf dessen Seite gestellt habe, heute eben nicht mehr. Ich misste hier gerade aus und da fallen mir so alte Bücher so in die Hände und eins ist mir in die Hand gefallen, Briefe an den Führer. Und dann wurde, das war teilweise, das war schon, das war schon, das war tragisch. Einer hat gesagt, oh mein geliebter Führer, und der war richtig, der war richtig von Herder, aller Fitter hin und weg. Aber er selber war Jude. Und sagte, geliebter Führer, ich weiß, du wirst das Gelddeutscher wieder zu wahren, Größe verhalten und so weiter. Aber wie so in aller Welt darf ich jetzt nirgendwo mehr mitspielen. Ich bin vom Kegelklub ausgeschlossen worden und darf auch nicht mehr irgendeinen an Sport betreiben. Ich weiß nicht mehr, was das für einer war. Ich glaube, es war ein Fußballklub oder sowas. Und irgendwelche Körperentwichtigung durfte er dann auch nicht mehr machen, obwohl er sportbegeistert war. Und in seine Gastwirtschaft wird auch keiner mehr kommen. Kann er sich da auch mal was tun? Jetzt ist sich geklärt, was aus dem Mann geworden ist. Nur, dass er später, zwei Monate später, drei Monate später, nachdem er den Brief geschrieben hat, aus seiner Gastwirtschaft rausgetrieben worden ist. Und seither verliert sich seine Spur. Ich denke, wir können uns alle vorstellen, was aus dem Mann geworden ist. Es ist eine Verkennung der Tatsachen. Wir sehen etwas und machen uns ein Bild davon. Aber uns fehlen einfach die Informationen, weil wir alle immer die Informationen von anderen haben wollen. Die Frage ist doch eher, was ist dir dienlich? Was willst du denn wirklich? Und ganz sicherlich, ist es nicht deine wahre Bestimmung, Deutschland oder ein anderes Land, Türkei oder Afghanistan, was auch immer, zu einer wahren Größe zu verhelfen zu wollen. Was interessiert dich das Land? Was dich interessiert, ist dein eigener Raum, in dem du ja schließlich leben musst, mit all den Gesetzen, die du mal gut gefunden hast. In dem du jede Rolle, von 1 bis 100, besitzt. Jede. Du kannst jemanden zum Fußabträte erklären, weil du es selber bist. Du kannst jemanden zum König erklären, weil du es selber bist. Und du kannst auch niemanden zum Mittläufer oder sowas erklären, weil du es selber bist. Du bist dabei, das Stück zu schreiben, in dem dein Leben spielt. Und dabei übersetzt, da besetzt du sämtliche Rollen, die Hauptrolle, die Nebenrolle und so weiter und so fort. Du führst auch die Regie, du ordnest, klar, Bühnenbild und was weiß ich was alles, die Beleuchtung, all sowas. Und weil du nun nicht alle Rollen gleichzeitig übernehmen kannst, splittest du dich ein wenig auf. Und jeder, der in diesem Stück mitspielt, muss dir gleich und ebenbürtig sein. Sonst kann es sich in deinem Raum erscheinen. Versuch das zu verstehen. Das ist für alle im Augenblick nicht einfach. Das zu begreifen. Wir haben uns so sehr damit zufrieden gegeben, dass alle anderen an unserem Unlück schuld sind und dass alle anderen uns die Patsche eingebrockt hat, in der wir saßen und so weiter und so fort. Wir haben es uns so sehr angewöhnt, dass es sehr, sehr schwer ist, dann auf einmal seine eigene Allmacht in seinem eigenen Raum zu erkennen. Und dass wir uns in noch einem einzigen Ding sehnen. In eine Kulisse, in der wir uns selbst hervorragend fühlen. Und wo wir dann so sein können, wie wir eigentlich sein wollen. Und wie du nun sein willst, das weiß ich jetzt nicht, aber ich vermute es mal, aber meine Vermutungen über dich sind ja nur eigentlich wirklich für die Katz. Für dich ist es wichtig, was du vermutest, wer du wohl sein willst. Du brauchst nur die richtige Kulisse. Und für die richtige Kulisse brauchst du eine entsprechende Drehgeschwindigkeit und natürlich eine ständige Kristallreinigung, damit das, was du jetzt gestern haben wolltest, nicht heute schon verfault und abgestanden ist. Darum. Ich hoffe, dass du das allmählich den Durchblick bekommst dafür. Sonst wirst du dich noch in sehr, sehr vielen Jahren fragen, was soll das hier was alles. Aber eines musst du dir jetzt schon gut merken. Ungerechtigkeiten gibt es nicht. Nie. Das ist für viele erst mal Oh. Was? Aber guck mal, was du wieder gewesen bist. Ja, ja, ja. Was glaube ich denn? Ungefähr so, wie du damals gewesen bist. Sonst wäre ja nicht in deinem Raum. Eine beängstigende Vorstellung, dass wir auf einmal so eine gewaltige Verantwortung für uns selber übernehmen müssen, aber das müssen wir. Denn wenn wir das nicht tun, übernimmt sie ein anderer. Und das kann für uns sehr bitter werden. Denn wenn ein anderer die Verantwortung über dich übernimmt, wer weiß, wer weiß, ob es dir wirklich hilft und ob du damit einverstanden bist. Vergiss bitte nie, dass du alles zulassen kannst, alles. Aber nicht, wenn man deinen eigenen Willen übergeht. Und du das niemals zulassen darfst, bevor du echt in der Patsche sitzt. Das würde nämlich bedeuten, dass du dich nicht mehr wehren kannst. jedenfalls hast du das Gefühl, dass du dich nicht wehren kannst. Du kannst sie schon wehren. Vor allen Dingen, wenn du sehr energisch alles aus deinem Raum fegst, was du nicht haben willst. Mit der entsprechenden Begründung, dass du alles in die Kristallenergie drehst und dich sowieso immer in die Kristallenergie eindrehst und alles nur gereinigt haben willst. Das tust du doch. Du bringst doch alles in die Kristallreinigung. Wer wagt es denn da noch zu widersprechen? Keine. Es ist manchmal so, man muss noch an einigen wirklich blöden Störfaktoren vorbei. Das ärgerlich. Aber gut, auch das geht vorbei. Auf jeden Fall grazie fürs Zuhören. Und denke immer daran, du erzählst dir stets deine Geschichte und sorgst aber auch für die Reinigung derselben. Das hier ist deine Geschichte und soll immer erzählt werden. Mit Grazie fürs Zuhören. Zuhören.